da sind wir wieder bei Back4Block mit dem Niggi und Uba und der Hoffmann und mir hallo Mohooo das ist ein Mann hier, oh mein Gott, das ist zu nah Hoffmann oh mein Gott oh oh was, ich bin schon wieder hier, hau doch mal ab ich hab's Videobeweis das hätt du dafür so lange gefangen Boah, was kann ich denn bei dir? geht das los hab sie meinen Hunden gegeben oh die schweiß und richtig rein, sah dann alles voll ich mach's jetzt wieder mit mir hier, warum ich meine Hunde vermisse ich mach mal elf, Junge ich mach's da wir bringen diesen Job zu Ende es ist aber noch jemand die Kiste mit ich mach gleichzeitig ich mach's hin ich mach's hin er hat er noch nicht geschüttet er hat er noch nicht geschüttet er kann sowas nicht ey, ist das ein Special Flieger gewesen, oder? ne, mit so nem Sonic Hauen ja, ja das ist durch die Karte, glaube da war eine Karte, wo das dann auf den Huber geht du weißt, wie man damit schießt ich will nur noch lernen, wie man damit schießt ich will nur noch lernen, wie man damit schießt jetzt kann ich dann mit dem Mauskrieg schlagen kann er hat mich aber gehalten ja ich hatte das gar nicht gerafft, dass das eine dann immer so komische Schlitch ist die dieser nicht äh kann man auch sein die sind zwei in der Ländung die sind zwei in der Ländung die sind zwei in der Ländung in der Kiste sind äh ich mich gegen verloren ich bin hier ich bin hier ich bin hier wo ist denn hier ja, wo ich steh ich bin hier ja guck mal das ist blau und das ist das könnte sogar vielleicht was das bricht was denn für ein Vieh hallo ich wollte das begutachten oh man du Spacko öffne das Tor ruf die Horde das muss doch irgendwie aufgehen das ruf das Tor hallo hallo oder das da hinten achso ne da hinten ist es der und dann kommt es da mell zu ohr 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 was machen wir flas hh äh kein Problem Ich denke, du hast den Ohnchen mit überwacht. Du bist tot. Ja, aber keine Ohnchen, weil du die Wurststum. Doch, geh denn her! Da eilen wir uns wieder, bevor du zurückkommen. Kein Grund zur Socken. Ja, ich stehe mit der Auge auf. Hallo? Will dir jemand hochhelfen? Läuft ja wieder. Ja, aber es ist nur noch nie. Die Läuft noch nicht vorbei und hause. Dankeschön. Ich hätte mich fast geheilt, ey. Und ich möchte ja... Das ist nur die Snitch. Das ist nur noch nicht. Ja, da ist nur noch nicht. Ich bin hier dran. Ich bin hier dran! Ja, ich bin hier dran! Ja, ich bin hier dran! Oh, hier oben gehen wir durch. Wir müssen auch weiter. Ja, da müssen wir auch. 4,3! Gleitere! Gleitere, Gleitere, Gleitere! Ich mach das nicht mehr. Vielleicht gehst du mal vor. Und Fälle passieren. Scheiße, die Sack ist er. Aber ich bin nicht vorröchig. Ich spürste. Zum Glück ist es vorbei. Man braucht wohl nachschauen. Ich mach das nicht mehr. Ich mach das Auto da mal. Toll. Verwandt. Abrede dich die Tür. Das Problem ist halt, dass ich gleich vernehmen will. Ich weiß, wenn du eine Mini-Kasse. Was. Wie ist meine Mini-Klasse? Geht aber auf. Auf. Wir haben die Pisse. Wir werden die Pisse. Wir haben die Pisse. Wir haben die Pisse. es ist schnippern Ah, da hinten ist der Steiger noch nicht. Boomer, Boomer, Boomer! Alter, der Sprint ist ja gerade nicht so. Hinter dir zwei Boomer! Ja, ich hab auch zu gemessert. AK-47 im Blau mit legendären Krüfen. Hier ist Muni, 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 Muni. Da gehört hier eine blaue AK. Ja, ich weiß nicht was passiert, weil ich ja keine Waffe momentan ausgewählt hab. Nee, dann lass sie erst zurückbringen. Oh, da ist eine Minigun. Der Aufsteht und schratternst du. Ja, das ist ein Kacklabel. Das ist eine Kacklabel. Das ist nicht so, da ist das nicht so, da ist die Kacklabel. Sorry, ich bin jetzt nicht so. Es ist nicht so, da ist die Kacklabel. Jetzt, die Stammklaucherin. Der ist los. das war es von allen richtungen wird es hier und sagen und wo ich benutzen ja aber also wäre schon besser wenn das hier im kreis ist noch ich hätte vorhin sterben können entweder hier straße das hier der seite braucht wer ein visier oder das loch vom zaun mann wenn sie aber zwei die seiten sichern hier irgendwie aufstellen auf dem auf dem der kiste damit man mehr sichern kann welcher kiste hier würde gehen die frage ist ob das dann halt ich helfe dir besser uns danach geht kann ich es hier auch aufs auto stellen muss derjenige nur hier sichert werden das gehört mir ja ich weiß nicht die das gesagt hat müssen wir jetzt doch nicht zurück wir müssen den generator anwerfen ich dachte wir müssen das zweite teil da auch noch holen wir haben noch beide mitgenommen hier beide tragen ja so wo sind wir die die granaten hier oder war die nicht hier doch da muss nachladen die die ein pf ein Ich bin jetzt hier links auf dem Deguschen, der hier auch eine Weile handelt. Ich bin jetzt hier bei dem Schläger. Oh man. Ich bin jetzt hier auf dem Füchten, scheiß Wunschchen. Ich bin jetzt hier auf dem Füchten. Ich bin jetzt hier auf dem Füchten. Ich bin jetzt hier auf dem Füchten. Zwei. Ich bin jetzt hier auf dem Füchten. Ich bin jetzt hier auf dem Füchten. Schock in der Nähe! Blendgranate! Ich würde mich gerne mal fallen. Das war arzt. Nimm das! Das Granat hält. Genau, ich habe mich aufgereicht. Ich bin jetzt hier auf dem Füchten. Ich bin jetzt hier in Wachsitz. Ich bin jetzt hier in Wachsitz. Wachsitz! Wachsitz! Ja, ich will gerade heilen. Ja, das bin ich mir auch schuldig. Wieso? Ja, da oben rechts in der Ecke stand, du hast mich niedergeschlagen. Heißt, wie soll ich das gemacht haben? Keine Ahnung, war da vielleicht ein Krasse oder so drin? Vielleicht war ich das so ein bisschen... Nein, da stand der Schlauer. Der Schlauer war. Vielleicht auch da sind die Schieke. Ja, da sind wir nicht Dekki. Woher kommen wir hier? Dekki links, oder? Ja, da würde der Schlauer anschließen. Was ist damit? Ich schelte alles. Ich bin hierher gekommen. Ja, in der Schlauer. Geh da! Geh da, komm! Geh da, komm zu dir! Nuss auf! Geh da weg! Ich bin mit deiner Mutter, kümmer dich uns darum, jetzt wäre es meins. Jo. Ja, der Unfu ist noch da. Zwei Schläger. Fing mir alle! O, die sind hier auch verpasst. Zieg! Nein, doch! Fing mir noch zurück! Vier, fünf! Gute Arbeit, jetzt tut euch aus, ihr habt es verdächtigt. Wir treffen uns hier nach einer Pause. Ich glaube wir haben als Krieger dann nicht komplett überlebt. Wir haben nur einen besonderen Infizierten getötet und das hat Nicole gemacht. War nur einer. Ja. Ich hält. Wiederbelebung 2. Was sagst du? Ich hab nichts, ihr hattet bloß ein Frosch. Ich hab wohl hier Kleiner gab es einen Bonus, also. Also passt das, würde ich sagen. Blechte Samen. Werden immer mehr. Ja. Loll. Ja, wird ja auch immer schwieriger. Kein Strom, also ist dunkel wahrscheinlich. Gepanzert sind die wieder. Gepanzert das Ding und der Schläger ist gepanzert. Wäre eigentlich auch richtig cool, wenn du wirklich nur siehst, wo die Taschenlampe dann hinleuchtet und das Rest wirklich dunkel wäre. Ja. Alter, wir sind ja richtig am Arsch. Die Infizierten sind oft in der Gegend vom Finlevel aufgetaucht. Ich glaube, ich weiß warum. Wir glauben, dass bei der Alzenblut-Dog-Mina ein wichtiger Einfallpunkt der Infizierten ist.